In den letzten Wochen und Monaten kam es immer wieder zu Angriffen mit Raketen oder mit Drohnen im Irak, im Zentralirak, aber auch in der kurdischen Autonomie-Region im Norden des Landes. Und ich möchte dieses Video nutzen, um so ein kleines Update zu geben, so ein bisschen Hintergrundinformation. Es gibt nicht furchtbar viel, was wir dazu wissen, aber ich glaube, es gibt genug, das ist rechtfertigt, dass ich mich jetzt hier mal hinsetze und versuche, das, was bekannt ist, zu vermitteln, damit ihr besser einschätzen könnt, was gerade im Nahen Osten passiert. Wenn ihr nicht die letzten Wochen und Monate unter einem Stein gelebt habt, dann habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass es Krieg gibt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen mit Tausenden, Zehntausenden Toten, sehr vielen zivilen Opfern und so weiter. Und von Tag 1 an war die Angst da, dass es einen sogenannten Flächenbrand geben könnte. Flächenbrand ist so ein Vokabel, die es in der Nahostberichterstattung sehr, sehr oft gibt, die sehr oft kommt, wenn es irgendwelche Konflikte gibt, weil eben bei den allermeisten Konflikten im Nahen Osten es einfach der Fall ist, dass viele Akteure, Länder, aber auch nicht nationale Staaten, also nicht nicht nationale Staaten, sondern nicht staatliche Gruppen, wie er hieß, Boller und so weiter, dass die involviert sind. Und es gibt ein ganzes Geflecht an Bündnissen und Feindschaften und so weiter. Und so ist es natürlich auch mit dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Und das führt eben dazu, dass so ein Konflikt, der in Gaza hauptsächlich stattfindet, dass der Auswirkungen auf ganz andere Ecken in der Region haben kann. Wir sehen das, was die Schiffsfahrt angeht, die Schifffahrt im Roten Meer, wo man am Jemen vorbei muss, wo die Houthis, eine bewaffnete Gruppe, jetzt auf internationale Schiffe feuern und die angreifen aus Solidarität mit der Hamas. Und das ist auch kein Zufall, denn die Hamas ist Teil einer größeren, sag ich mal, Bündnisses, könnte man sagen. Also kein festes Bündnis mit irgendwelchen Unterschriften, sondern ein informelles Bündnis, eine sogenannte Achse des Widerstandes. Das sind mehrere Gruppen, wie etwa die Houthis oder eben die Hamas in den palästinensischen Gebieten, gerade im Gazastreifen. Aber dazu gehört auch die Hezbollah, eine sehr mächtige Miliz im Libanon. Und das sind alles Gruppen, die sehr stark unter Einfluss des Iran stehen. Der Iran sieht sich so als Anführer dieser Achse des Widerstandes. Die iranische Regierung ist verfeindet mit der israelischen Regierung und nimmt da ganz viel Propaganda mit und zieht viel ihrer Legitimation aus ihrer Gegnerschaft und ihrem Widerstand zu Israel und ihrer Fürsprache für die Palästinenser. Und daher kommt auch der Begriff Achse des Widerstandes. Das ist eine Reihe von bewaffneten Gruppen, die alle, mal mehr, mal weniger, gegen Israel gerichtet sind und auch gegen den Westen. Und die Houthis im Jemen, die ich gerade angesprochen habe, gehören dazu. Die Hamas, die gerade im Krieg mit Israel ist, gehört dazu. Aber es gehören auch mehrere Gruppen im Irak dazu. Und die irakische Landschaft an Milizen, die ist, sagen wir es mal gelinde, unübersichtlich und komplex, unkompliziert und alles zusammen. Und das wäre ein eigenes Video, wenn nicht sogar mehrere Videos, um da mal näher drauf einzugehen, werde ich wahrscheinlich auch mal machen. Für das heutige Video ist wichtig, dass diese Gruppen auch eben Teil dieser Achse des Widerstandes sind und dementsprechend auch teilgenommen haben an, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich vom Iran gesteuerten Vergeltungsaktionen gegen den Westen, gerade gegen die USA. Die USA sind nach wie vor im Irak stationiert mit Truppen. Das ist jetzt nicht mehr so wie direkt nach der Invasion von 2003. Heute sind die amerikanischen Soldaten auf Einladung und auf Wunsch der irakischen Regierung in Bagdad im Land. Offiziell nach wie vor, um gegen den immer noch existierenden islamischen Staat zu kämpfen. Der wurde massiv geschwächt und ist heute auch keine Territorialmacht mehr. Aber es gibt ihn immer noch im Untergrund und deswegen sind die amerikanischen Truppen etwas mehr als 2000 im Irak auf Wunsch der Regierung. Aber natürlich passt das nicht Gruppen, die sehr nah mit dem Iran kooperieren oder vom Iran gesteuert werden. Und da haben wir wirklich viele. Ich versuche mal so ein bisschen zu umreißen, wie man sich das vorstellen muss. Während der Zeit des Irakkrieges, also 2003 und später und der amerikanischen Besatzung, da haben sich viele, viele Milizen, also bewaffnete Gruppen gebildet, sowohl sunnitische als auch schiitische. Und von den schiitischen hatten sehr viele gute Beziehungen zur Regierung in Teheran, die eben auch verfeindet waren und verfeindet sind mit den Amerikanern. Das heißt, der Iran hat hier so seine Taktik, die er seit Jahrzehnten einsetzt, auch im Irak fortgeführt, nämlich nicht direkt selbstmilitärisch zu agieren, sondern eine ganze Armee an kleineren Gruppen zu haben, die letztendlich vom Iran bewaffnet werden, vom Iran unterstützt werden, aber eben auch auf den Wunsch des Iran-Hins handeln, wenn der Iran selber sich nicht zum Beispiel mit den Amerikanern anlegen will. Und das hat während des Krieges gegen den IS zu sehr absurden Situationen geführt, weil wir eben diese Milizen, die dann zusammengefasst wurden unter dem Namen Popular Mobilization Units oder Popular Mobilization, was war das? Es gab mehrere Abkürzungen. Popular, äh, jetzt komme ich selber nicht mehr ganz drauf. Es gab auf jeden Fall viele verschiedene Namen. Popular Mobilization Units und Popular Mobilization Forces, genau. Auch Hashtar Shabi genannt. Das waren, sorry für den kleinen Verhärterer gerade, das kommt manchmal vor, wenn man über die Milizen im Irak reden muss. Die waren auf jeden Fall auf der Seite des Irans, also gegen ISIS. Die Amerikaner waren auch gegen ISIS. Aber eigentlich waren diese Milizen auch gegen die Amerikaner. Aber während der Zeit des ISIS-Krieges haben diese beiden Gegner zusammengearbeitet und letztendlich dann ISIS als Territorialmacht besiegt. Aber, ähm, dieser, sag ich mal, Waffenstillstand gegen einen gemeinsamen Feind, der hat natürlich nicht gehalten, weil die nie halten. Und, ähm, heute haben wir eben die Situation, dass wenn Spannungen auftreten im Nahen Osten, in denen der Iran irgendwie beteiligt ist oder in denen der Iran ein Interesse hat, dann kommt es eben dazu, dass diese Einheiten im Irak gegen Amerikaner aktiv werden können. Es ist jetzt ein neueres Phänomen. Nein, wir haben viele Milizen, die unter diesem Hasht al-Shabi zusammengefasst werden, aber einzelne Gruppen sind, mit einzelnen Kommandostrukturen und so weiter. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass es jetzt eine neue Marke gibt, einen neuen Brand im Prinzip, nämlich der islamische Widerstand im Irak. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr grob gefasst. Und man geht heute davon aus, dass das auch keine einzelne Gruppe ist, sondern eben wie so ein Umbrella-Term, also eine Dachbezeichnung für verschiedene Gruppen, die unter iranischem Einfluss gegen Israel und seine Verbündete vorgehen. Und das ist jetzt gerade seit dem Krieg Israels gegen die Hamas, seit Oktober 2023, ganz, ganz groß im Kommen, dass es Anschläge gibt, Drohnenattacken gibt und Mörsak-Angriffe auf amerikanische Einrichtungen in Kurdistan-Irak und im Zentral-Irak. Und bekennen tut sich eben keine einzelne Gruppe, sondern der islamische Widerstand. Einige dieser Gruppen, die wohl Teil dieses islamischen Widerstandes sind, die kämpfen im Prinzip seit 2003 gegen die Amerikaner und haben sich auch schon so mehr oder weniger öffentlich dazu bekannt, dass sie Teil dieses islamischen Widerstandes sind. Dazu gehört, und es wird nicht weniger kompliziert, eine irakische Gruppe, eine schiitische irakische Gruppe, die sich Hezbollah nennt. Das ist nicht die Hezbollah im Libanon, aber eben auch, wie die Hezbollah Teil dieser Achse des Widerstandes vom Iran kontrolliert. Das Ganze wird auch nicht weniger kompliziert, dadurch, dass das Logo dieser irakischen Hezbollah, der Kataib Hezbollah, dass das auch angelehnt ist an das Logo der libanesischen Hezbollah. Jetzt hätte ich gerade fast iranischen Hezbollah gesagt, aber das wird jetzt noch mal zu weit dafür. Aber, was wir uns merken können, diese Gruppe, die sich islamischer Widerstand im Irak nennt, Das ist keine feste Gruppe, sondern es ist mehr eine Marke, eine diffuse Marke, die verschiedene kleinere, schon existierende, vom Iran wahrscheinlich gelenkte und ausgestattete Gruppen annehmen, wenn sie gegen die Amerikaner vorgehen. Und das ist auch Teil der Taktik, dass eben mehr so ein diffuser Täterbegriff dann vorherrscht und dass die Amerikaner dann auf niemanden zeigen können und sagen, hier, das war eine vom Iran gesteuerte Gruppe. Der Iran kann natürlich die Hände heben, seine Hände in Unschuld waschen und sagen, wir haben damit nichts zu tun, das ist einfach nur der islamische Widerstand. Und es gibt ja nicht mal eine Gruppe, die sich so nennt. So zumindest auf dem Papier. In der Realität haben die Amerikaner auf solche Angriffe mehrfach in der Vergangenheit mit Militärschlägen reagiert, unter anderem gegen Einrichtungen dieser Kataib Hezbollah, der irakischen schiitischen Hezbollah-Gruppe. Und solange der Krieg in Gaza weitergeht, sieht es nicht so aus, als würde das Ganze abebben oder abflachen. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass diese Angriffe nicht so tödlich sind, wie man beim ersten Hinhören denken könnte. Also wir haben jetzt nicht Angriffe, wo auf einen Schlag hunderte Menschen sterben durch Raketen oder sowas. Das sind meistens kleinere Angriffe, etwa mit Drohnen, mit Kamikaze-Drohnen oder mit Mörser-Einheiten. Und es gab zwar seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas etwa über 100 solcher Angriffe, aber die Zahl der verletzten Amerikaner zum Beispiel, die beläuft sich auf etwas mehr als 60. Und daran sieht man, dass nicht mal jeder Angriff zu Verletzten führt. Das ist tatsächlich wahrscheinlich auch Teil der Taktik, dass es so niedrig gehalten wird, dass der Iran immer wieder zeigen kann, sie können, wenn sie wollen, und die Amerikaner so ein bisschen auch beschäftigt hält, damit sie sich nicht auf andere Orte im Nahen Osten militärisch konzentrieren können. Und gleichzeitig möchte auch der Iran das Ganze nicht zu sehr eskalieren lassen, weil sie Angst haben, dass es dann ernsthafte und größere militärische Reaktionen der Amerikaner geben könnte. Also, wie es in Zukunft weitergeht, keiner kann es genau sagen, aber solange zwischen Israel und der Hamas gekämpft wird, sieht es nicht so aus, als würde diese Bedrohungslage abnehmen. Man muss aber dazu sagen, es ist jetzt nichts, was man vergleichen kann mit dem, was ab 2003 im Irak passiert ist. Es sind kleinere Angriffe und man könnte es fast als etwas bezeichnen, was ich gerne bewaffnete Kommunikation nenne. Nämlich eine Botschaft rüberbringen und das halt mit Hilfe von Drohnen oder Mörsern. So, das war jetzt ein One-Taker. Ich glaube, ich muss dieses Video nicht schneiden. Ich hoffe, das ganze komplexe Thema kam einigermaßen bei euch rüber. Ich versuche nochmal dezidiert Videos dazu zu machen, wo ich das erklären kann. Gerne auch das System und die Situation der Milizen im Irak und allgemein auch der iranischen Milizenpolitik im Nahen Osten. Super spannendes Thema. Aber wenn ich das jetzt hier auch noch angreifen würde, würde das Video 50 Minuten lang werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gern den Kanal, teilt ihn, schickt den Leuten, die sich vielleicht dafür interessieren könnten. Und wenn ihr Ideen habt, was für Videos ich als nächstes machen könnte, zögert bitte nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber, neue Inspirationen zu kriegen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und ciao.